Guten Morgen Deutschland! Ja, liebe Grüße von der Insel, von welcher sag ich euch nicht, aber ich kann euch sagen, diese frische Luft, Leute, diese frische Luft ist ein Träumchen hier oben an der Ostsee. Aber ihr Lieben, es ist toll! Leute, die Bubble riecht sich auf, die Viren- und Erkältungs-Bubble der Saison riecht sich gerade so was von auf. Die kostenlosen Bürgertests fallen weg und jetzt geht das Geschrei los. Wie wollen wir denn dann erkennen, was hier los ist? Ja genau, bitte einfach mal auf damit. Lasst es doch nach zweieinhalb Jahren endlich sein und nehmt es als das, was es ist, was es wirklich ist. Ich will es nicht weiter ausführen, weil sonst laufe ich wieder Gefahr, dass dieses Video eingeschränkt wird. Es ist ein Träumchen. Es ist genauso wie die Sache mit den Haubitzen in der Ukraine. Die Springerpresse freut sich gerade nach, da endlich mal wieder Haubitzen in der Ukraine. Und wenn man sich dann die Bilder anschaut, die da gerade veröffentlicht werden, es ist ein Träumchen, Leute. Wir fahren sogar die Traktoren an den Strand. Ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das mal an hier. Hörer. Okay. Also, wenn man sich dann mal die Bilder anschaut, die man da so im Netz sieht, wer da so alles bei den Dingern steht, mit welchen wundervollen Tattoos, es ist toll. Alles Einzelfälle, liebe Leute. Es läuft. Und das Allerbeste natürlich an diesem Morgen, liebe Leute. Es ist wirklich toll. Es ist klasse. Es ist... Ich kann das gar nicht so umschreiben. Hey, wenn ihr 14 Jahre alt seid oder ab 14, ab nächstem Jahr, dann dürft ihr einmal im Jahr euer Geschlecht wechseln. Nein. Ist das nicht toll? Ja. Eure Identität, was auch immer, keine Ahnung, auch mit Vornamen, darf jetzt einmal im Jahr gewechselt werden. Ist das nicht toll? Also, ich überlege schon mal, wann ich dann nächstes Jahr bin. Keine Ahnung. Mal gucken, was mir so einfällt. Ja. Auf jeden Fall, ein Haken hat die ganze Nummer. Also, wenn ihr nächstes Jahr dann möglicherweise einen guten Kumpel begrüßt und ihr nehmt die falsche Anrede, dann kann der euch verklagen. Ja, kein Scherz. Ja. Weil ihr habt die falsche Anrede genommen. Das könnte mit einem Buschgeld geahnt werden. Beste Deutschland. Allerzeiten. Tolerant. Vielfältig. Bis zum Abwinken. Bis wir irgendwann tot umfallen. Weil das ist ja bekanntlich das Wichtigste. Ja. Wir machen Gesetze für alles, was die breite Masse, die breite Masse, ja, da vorbeigeht. Aber das, was wichtig ist, dass zum Beispiel die Gasversorgung gesichert wird, das ist uninteressant. Da reden wir nur, aber machen nichts Vernünftiges. Kann man ja heute Morgen auch wieder sehen. Denn Kanada hat vermeldet, hey, wir haben eine Nummer fürs LNG und das braucht noch ein paar Jahre, bis das funktioniert, bis wir von Kanada nach LNG nach Deutschland kriegen. Muss man sich den Artikel nochmal genau durchlesen. Also Katar, Versuch, Fehlanzeige. Kanada, Versuch, Fehlanzeige. Herr Habeck, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Läuft bei Ihnen oder nicht? Leute, es ist das beste Deutschland aller Zeiten. So viel Schmarrn auf einen Haufen, das kriegt ihr ja morgens an einem Freitag überhaupt nicht mehr gebacken. Deswegen hier vor der Ostsee und ich hoffe heute irgendwann mit ein bisschen besserem Wetter euch allen da draußen einen schönen Freitag. Tschüss.